Ähm, es gibt ja Edna bricht aus. Ja, wir haben ja letzte Woche das gespielt und da hat der PC sich verabschiedet, ohne dass wir speichern konnten. Aber das sollte wohl ein Zeichen sein. Es gibt jetzt nämlich eine Jubiläumsausgabe von Edna bricht aus. Danke für der Daily Entertainment, für die Bereitstellung des Spieles. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwarten wird. Fangen wir doch einfach mal an. Mit Edna und Harvey, The Breakout, The Anniversal... Ich Englisch nicht gut, also Jubiläumsausgabe. Hier bin ich schon mal aus. So, guck mal, jetzt kann man Spielmodus hier halt die Jubiläumsausgabe auswählen oder wahrscheinlich auch... Das Ochik-Kinder, wie cool. Fangen wir doch mal an. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich mach mir der Licht aus, oder? War das besser? Ist das besser so? Ja, ne? Ja. Ein Spiel von Poki. Oh, Jan Müller, Michael Eilings und Carsten Fichtelmann. Oh, ist schon cool. Also die Grafik ist schon besser geworden, oder? Pocki, Pocki, Pock, Pock, Pock. Ach, toll. Ich bin so gespannt. Da muss ja auch... Die haben da ja so viel Zeit jetzt wieder rein investiert, rein gesetzt, einfach nur um die Grafik aufzuwerten. Die müssten doch bestimmt alles neu gezeichnet haben, oder? Ja, die haben alles neu gezeichnet, klar. Oh. Cool. Ah, mir gefällt das. Hallo. Hier. Oh. Was ist los? Ach, nichts. Dupidubidubidubidubidubidub. Ha. Wie cool. Der Tor... Musik und Ton und... Also die Sprachen sind so... Ich denke, die sind die gleichen wie aus dem Oldschool. Aus der Oldschool-Version. Und ähm... Die Texte, die auch immer eingeblendet werden, auch. Aber schaut mal, wir haben jetzt hier eine andere... Wir müssen nicht mehr unten auswählen, ob wir was auswählen oder die Standardversion. Wir haben unten links jetzt... Da. Oh. Wer ist mir follow? Und warum sehe ich das denn nicht? Ich habe das... Ach, doch. Ich sehe das. Ich kann es nur nicht leben. Hm. Ich sehe es bei mir in meinem OBS, aber ihr seht das hier im... Achso. Sorry. Ich bleibe, ich bin verwirrt. Ich war gerade verwirrt, warum ich das Bäumchen, wenn das bei Follow kommt, nicht in meinem Spieße. Oh Gott, bin ich blöd. Ja, danke dir für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bleibst auch noch länger. Äh, Genia Pick Rules. Hattest du eigentlich zufällig diesen selbstgemachten Ätna... Was? Dieses selbstgemachte Ätna und Habi-Spiel gesehen, das die Community Gronkh gemacht hat, beziehungsweise geschenkt hat. War ein Paket dabei mit Päckchen, die er öffnen musste, wenn die entsprechende Zahl kam. War echt genial. Ja, da habe ich mal reingesehen, weil ich hatte gesehen, äh, Gronkh-Stream mit einer lila Perücke. Da dachte ich mir so, hey, das kann ja nur was mit Ätna zu tun haben. Ja, und das Spiel habe ich mir, ich habe mir das auch angeguckt und war echt cool gemacht mit den Geschenken dabei. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr cool gemacht. Also, Respekt an die Community. Super, genial, tolle Idee. So, wie ihr aber seht, ähm, bin ich verwirrt, aber das ist ja normal. Wir haben jetzt hier, wenn wir mit der Maus überall hier rüberfahren, taucht unten links immer auf, was das ist. Und dann haben wir halt rechte Maustaste Aktion auswählen oder linke Mauste die Standardaktion. Was ist denn die Standardaktion, wenn ich bei den Polzern mal probiere? Ach, und dann erscheint ein Bild und dann kann ich entweder mit, ah, ich kann mit Habe das direkt benutzen. Ich kann das selber benutzen. Ich kann es nehmen. Ich kann es, ich kann damit reden und ich kann es mir ansehen. Das gefällt mir ganz gut, weil die, äh, Funktion vorher war so ein bisschen komischer, sagt Habe. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Achtung! Wir kommen auf einen Versuch an. Ah! 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 Ist da drin bald mal Ruhe? Was macht Habe da unten rechts? Ja, das gucke ich mal. Also, das hat jetzt schon mal, das finde ich schon mal super mit der Standardaktion. Ich muss das dann festhalten, und dann kann ich das auswählen. Nicht schlecht sein, so. Nein, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Was macht, was passiert mit der Aktion auswählen? Mit der Resten auswählen? Nicht schlecht sein Sofa-Bezug an der Wand. Damit kann ich noch gar nichts machen. Havi, wenn nicht was passiert, dann mit Havi. Achso, das ist mein Inventar. Ich habe ja Havi im Inventar. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage, so, wenn ich habe hier noch mehr drin, wir kennen das ja schon. Wartet mal. Ich möchte gerne das Stuhlbein nehmen. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Ach, schaut mal. Jetzt kann ich auch gleich sagen, ich nehme das Stuhlbein. Ein stumpfes Stuhlbein. Ist noch nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen? Batz doch. Aber süß, wie sie jetzt Havi gemacht haben, dass sie richtig redet. Aber ich kann, kann ich... Ah, ich kann dann direkt hier gleich sagen, ich bin im Stuhlbein. Und möchte das Stuhlbein... Achso. Äh. Tanne etwas verwirrt. Also alles für immer. Genau. So, ich möchte jetzt aber gerne mit der rechten, der linken Maustaste das Stuhlbein benutzen. Krack. Ups. Ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. So, da wäre das ja auch die letzte... Ach, guck mal, ich kann auch mit dem Mausrad hier wechseln. Hier rechts. Rechts unten. Havi, Stuhlbein. Havi, kaputt Stuhlbein. Havi, kaputt Stuhlbein. Gut. Da wir jetzt ja schon letzte Woche gespielt haben, wissen wir schon... Ähm... Wissen wir schon ein bisschen, was wir machen müssen. Und werden das nicht so lange... Äh, ausprobieren war es nicht hier? Ah. Genau. Ich hatte schon beim ersten Mal das richtig. Warum sollte ich es noch weiter zerstören? Okay, ich muss die Lüftung erst mal anmachen. Ich möchte mit dir reden. Achso, Havi redet jetzt mit der Tür. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Wie war das? Erstmal rumschleimen. Ich will hier raus. Kirre machen, dass wir auf seinem Minigolf-Spiel stehen, ne? Ja. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen. Stimmt's? Stimmt. Hey! Hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Das hat mir alles schon was... Äh, warum ist es so heiß hier drin? Warum ist es so heiß hier drin? Oh. Guck mal, ob ich das wieder so schnell hinkriege. Das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Total. So. Äh, mir ist aufgefallen, wie elegant du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Oha. Dann bist du sicher ein berühmter Sportler. Spielst du in deiner Mannschaft oder so? Oh, ich, nun, ich spiele Golf. Mini-Golf. Yep. Mini-Golf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Oh. Weißt du was? Ich könnte den Text ja gar nicht sehen. Stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Ich will hier gerade meine Kamera nach oben links zu schieben. Ist das für euch sonst so in Ordnung oder? Was meint ihr? Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Ich feiere das so sehr. Es ist zum Heulen, Harvey. Die Grafik. Ist voll süß gemacht. Ach. Solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja. Früher hattest du einige Kuhli-Trix drauf. Noch gleich das Geräusch. Ein bisschen dauert das noch, Fushi. Kann ich mit Ketten singen? Kann ich barfuß zöger? Kann ich mich zifeln? Ja, warte. Kann ich mit Delfinen sprechen? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht. Ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Wie findet ihr denn das? Von der Grafik her. Erzähl doch mal. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exaktologie. Hä? Mit mir kann fast jeder nicht sprechen. Hä? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. So, tempomorfen bitte. Ich möchte mich tempomorfen. Ich bin bereit. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorfen? Ja. Ja. Tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Oh. Festhalten. Boom. Oh. 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 Ist das cool. Es sind etwa zehn Jahre, die jetzt zurückgesprungen sind. Edna sieht voll genervt aus. Aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ein HW sieht so klochig aus. Ah, verstehe. Ich meine auch ein HW, der läuft. Also kann ich doch immer so auf ihr Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert oder... Alfred. Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Doktor Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja. Ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Oh, hier oben rechts haben wir jetzt... Oh, den seht ihr gar nicht. Hier oben rechts ist jetzt ein Button. Wir sind jetzt aktuell gerade HW. Watschel, 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 watschel. Ach, schön, wie er läuft. Oh, ist der niedlich, niedlich. Das Arztteil ist echt süß und vielleicht ein bisschen zu plastisch. Hm, das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Das war es, woran ich mich erinnern konnte. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Ein bisschen zu plastisch. Also letztens... Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde es ganz cool. Es hat seinen Stil an sich. Klar, es kommt eigentlich nichts an das Oldschool ran. Aber ich finde es ganz cool. Jedenfalls jetzt sind wir da hinter der HW. Und hier oben rechts, was Sie gerade so ein bisschen vielleicht hinter mir sehen können, kann man wechseln zu Edna. Jetzt sind wir Edna und watschen hier rum. Und gucken, genervt. Und jetzt wechseln wir wieder... Genau, wir wechseln zu Edna, weil wir das Fenster aufmachen. Letztes Mal, letzte Woche hatten wir alles Mögliche... Hatten wir alles Mögliche angeklickt, um herauszufinden, was gelabert wird. Aber da wir das letzte Woche alles schon gemacht haben. Machen wir das jetzt nicht, wenn das für euch okay ist. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin. Oh, ist das so süß. Er ist echt cool. Das nächste Mal konnten wir halt... Achso, das können wir hier gar nicht diesmal. Es ist ein herrlicher Tag. Letztes Mal bei der Oldschool-Version konnte man halt jetzt sogar die Sonne hier nach unten ziehen, die Tonne, die Blumen. Oder so, ähm... Dass sich das halt die... Dass sich das Edna dann halt angucken kann. Das können wir jetzt nicht. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts... Hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, der Heiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und ist Eiscreme? Er guckt vor Böse. Aber jetzt sieht Alfred ein bisschen mehr aus wie ein Junge. Der andere sah sogar komisch aus. So, was haben wir denn hier? Ach, das Kastaniendieb wieder entkommen. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels befreien konnte. Okay, das haben sie jetzt so ein bisschen geändert. Dass halt wir jetzt nicht die, zum Beispiel die Anzeigen jetzt annehmen können und das dann der Edna zeigen können, damit sie sich daran erinnert. Bin ich aber spannend. Also manche Funktionen sind anders. Die Vorgehensweise ist dieselbe. Ich glaube, der Eisbecher wurde verkleinert. Das war in der Version letzte Woche noch ein Eimer. Ja, das stimmt. Und, boah, jetzt ein Eis. Gut. Jetzt gehen wir mal kurz. Was ist denn das eigentlich? Was ist das? Oder ist das... Nee. Ach so! Ach, schaut mal. Ich konnte jetzt hier nicht nur angucken, sondern ich konnte halt sagen, das Thema auswählen. auswählen. Okay. Hier steht, dass man seit neuestem auf Diesel auf Orgeln reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. Ach, cool. Okay. Ich kann's kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Alfred von ihrem Vater zum Eis eingeladen wurde. Gut. Gehen wir mal hier zurück. Weil jetzt konnten wir nämlich auch zum Beispiel dann die Sonne als Glühbirne nutzen. Wenn man gar nichts anderes weiß, redet man über das Wetter. Ach, na, gehen wir mal zurück. Dann können wir hier auch uns auswählen. Jetzt haben wir hier die Sonne, jetzt haben wir hier Alfred und den Artikel 2. Wir wissen ja alle, dass wir den Artikel 2 brauchen. Ne? Aber jetzt gucken wir mal, jetzt reden wir mal über Alfred mit der Edna. Du redest nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los! Mathis, dein Vater, dein Algenfleisch und Blut. Hock zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch. Da ist doch was oberfaul. Knallfrosch. Gut. Jetzt machen wir mal Artikel 2. Jetzt hängt der jetzt vielleicht wieder an zu rüde zu werden. Der Kastanien-Dieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es drei Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Hm. Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Ich habe vergessen, dass da jetzt schon komplette Ton outie. Jetzt können wir da hingehen. Nein, das kann... Nein, 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 nein. Jetzt können wir wieder auf Edna wechseln. Und Edna kann da hochgehen. Ja, aber ich spiele eigentlich das Spiel nicht so schnell durch. Aber weil wir das ja letzte Woche schon gespielt haben... Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Eilen wir mal durch das Spiel. Ich kann es kaum glauben. Es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Yay. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Aber wir tempomorphen uns zurück. Stopp. Noch nicht zurück. Ich habe Harvey auch immer so getragen wie sie. So, dann gehen wir zum Gitarre. Wir kennen uns die Geschichte. Ja, dann machen wir. Das klappt so nicht. Ist so. War schön, dass wir noch jede einzelne Schraube abdrehen müssen. So, jetzt haben wir wieder das übliche Problem. Das toll drehende Lüftungsrad. Hallo. Ach, Delphine. Ja, es war auch immer praktisch, den am besten. Sesam öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Immer so zu tragen. Hallo. Hey. Hallo. Na, Süße. Was gibt's diesmal? Hm. Hm. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Hm. Stimmt, dann haben wir ihn geärgert, ne? Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Miau, miau. Glaubst du etwa einen Stiesel und so bekommt man einfach so im Laden? Mir geht's gut. Etwas müde, etwas geschafft vom Wochenende. Ich weiß gar nicht warum, weil eigentlich war es sehr faul. Aber, mir geht's gut. Hm. Machen wir mal diesmal Sperrmüll. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas edles wie ein Stiesel und so. Stiesel und so. Schmeißt auch niemand weg. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn die aus einem Wahlkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Hm. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Ich gebe's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebenereisen. Oh. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Papas Lieblingen? Papas Lieblingen? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer. Da bin ich sicher. Yep. Oh nein. Müssen die... Worte... Machen wir den hier. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Los, mach die Klima aus. Mach die Klima aus. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Geil. Dankeschön. Aber nein, ich meinte natürlich, oh nein, mir ist jetzt so warm. Wie könntest du nur so böse sein? Ah, nimm weg. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Sie ist gerollt. Yay. Oh, wie sie da hockt. Und wie sie ihn hält. Oh mein Gott, ist das süß. Wie sie ihn hält. Und trotzdem ist es bei ihren Schlüppi. Ach, ist das niedlich. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgur. Das ist Dr. Marcelles Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell. Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Zehn Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja. Dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Hui. Ja, geil. Das Skelett ist auch anders. Wisst ihr noch, letzte Woche, da wusste ich gar nicht mehr, warum das Skelett hier eigentlich drin war. Aber hier erkennt man richtig gut, dass der hier versucht hat, da auszubrechen. Hat sich mit einer Gabel oder vielleicht auch ein Göffel, man weiß es nicht, versucht, sich hier durchzubuddeln und hat es ja bis hierhin geschafft. Ja. Ist nicht weit gekommen mit seinem Göffel. Ah, ich finde das so cool. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus? Uh. Hallo, Little Roadrunner. Danke für deinen Follower. Schön, dass du da bist und vielleicht bleibst du ja auch ein bisschen. Wir spielen gerade das neue Edna-Spiel. Also eigentlich nicht das neue Edna-Spiel, es ist eigentlich ja. Dr. Marcel und Hülgur sind sehr gut. Oh. Ich kann es echt schlecht lesen. Danke dir, aber du hast einen langen Namen für deinen Follower. Schön, dass du da bist. Ähm. Auf der Plätze auch ein bisschen. Ja. Auf ein neues. Klunk. Langsam werde ich richtig gut darin. Ja, wir spielen gerade die Jubiläumsausgabe von Edna bricht aus. Die wurde grafisch und ähm mechanisch überarbeitet. Also die Funktionen sind alle ein bisschen anders. Und ich switche gerade so ein bisschen durch das Spiel durch, weil wir letzte Woche schon die Oldschool-Version gespielt haben. Das Opelied da als der Edna spiel, ganz genau. Oh, ich muss das echt größer machen. Danke für dein Follow. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht bleibst du auch ein bisschen. so. Genau, ich ruf nur kurz meinen Spiegel. Ach ja, jetzt habe ich das mal auch gemacht. Aber den wollen wir ja nehmen. Ein Poloschläger. So, ihr wisst aber, wenn ich den Stift habe, wisst ihr, also die Funktion ist echt super. Hm. So, dann lassen wir mal Hulgo hier wieder reinkommen. Huch. Hallo, Hulgo. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Mit Fußnägel. Ich habe geheime Psy-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Stimmt. Ach ja. Warte, ich werde mal gleich speichern. Gut, hier. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unruhen und komm endlich her. Ich scherbe ich zurück in deine Zelle. Ha. Niemals. Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempo-morpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multi-Werkzeug einzusetzen. Ha, 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 ha. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha. Niemals. Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Hört ihr dann auf, meine Erinnerungen zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein. Das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Ha, niemals. Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob das ihn mal automatisch speichert. Ich muss gleich sowieso erst mal gucken, wie ich speichere. Weil habe ich jetzt mal auch nicht gefunden. So, wir haben den Hulgur. Wir haben wieder als Fledermaus aufgehängt. Sehr gut. Machen wir es natürlich auch wieder zu. Sehr gut. Haben wir es ja auch bald geschafft. Dann sind wir am Punkt angekommen, wo wir gerne hin wollten. Aber ich gucke gerade mal. Hier unten ist doch ein I. Nein, das ist ja nur mein Inventar. Das finde ich echt gut, die Funktion. Ich weiß nicht, wie ich hier speichere. Ich versuche mal. Ah, Spiel speichern. Nehmen wir doch mal den Slot. Nein, ich glaube, danke ich. Naja, okay, jetzt habe ich zwei Slots. Egal. Gut. Jetzt habe ich gespeichert. Wow. gut, gut. ưởngint. Just gut. Okay. Bis zum nächsten Mal.